Jetzt durch irgendwelchen Kommerz oder sonst irgendwas. Und das Einzige, was ich machen würde, ist, mir ein Trikot überzustreifen und mit euch beiden da einen Trikot-Tausch zu machen. Ja, Baby. MagenMendy ist die schärfste Anruferin, die wir je gehabt haben. Ich fand Laura noch ein bisschen besser. Ja, na klar, weil sie schwer auf Traumat. Ja, ich bin der, der macht mir zu wehs. Und das wäre so ein bisschen, sie erinnert sich an den nicht. Nee, aber MagenMendy ist wirklich das Nonplusultra der weiblichen Anruferin. Ja, ist richtig. Hätten wir was zu verlosen, du würdest es schon bekommen, das weißt du. Okay, alles klar. Und zum Schluss wollte ich noch sagen, einen ganz lieben Gruß von Alex an Alex. Dankeschön, von Alex an Alex. Ciao, ihr beiden Süßen. Geht so. Ciao. Was machst du denn da? Ciao, Mendy. Mendy, hau rin. Ja, ich freue mich auf Laura, die gleich anrufen wird. Meinst du, ja? Ja, ich denke schon. Hallo, Laura. Max, wie breit ist deine Einzelne? Sehr gut. Wo ist diese? Das ist ein alter Ding. Du bist von früher. Deutsche Eiche? Wow. Du bist baumliefer. Hörte, wir sagen schon mal Tschüss, weil die Sendung ist gleich vorbei. In einer Woche wieder einsteigen, 20 Uhr live, Call-in. Ihr könnt hier anrufen, eine Woche, 20 Uhr, OKB, Berlin. Wir repräsentieren Berlin. Ein super Thema wird sein EM. Und bis dahin ist auch Deutschland rausgeflogen. Bis dahin ist die Türkei rausgeflogen. Bis dahin ist alles wunderbar. Ja, genau. Ganz kurz hin, von nächster Woche, zu dem Zeitpunkt, wenn wir auf Sendung sind, müsste die Türkei schon im Halbfinale stehen. Das bedeutet, live in der Sendung. Das war schon vorbei. Donnerstag ist das, glaube ich, der Teilfinale. Halbfinale. Ja, ist egal. Aber in der Sendung müsste die Türkei schon im Halbfinale stehen. Und das bedeutet, Max muss seine Nülle öffentlich auf den Tisch packen. Ja, mach ich ja. Im Finale. Wenn sie im Finale sind, meine ich ja. Ich pack die Nülle auf den Tisch. Ja, bitte. Der Kalz führt 1-0. Jawohl! Türkei her! Ey, von Alex an Alex. Mandy, das ist die Cousine von Alex. Meine Alex dann. Aber das kann nicht Magen-Mendy sein. Du hast gesagt, Magen-Mendy. Die Cousine ist von Mandy nochmal. Magen-Mendy sieht die Magen-Mendy. Ach, ja. Ja, bitte. Ja, kriegen wir nochmal. Ach, scheiße. Ja, bitte. Ja, bitte.